So, und jetzt kommen wir zum Thema, Leben in Perspektive. Er war ein Christenhasser, ein Christenverfolger gewesen. Der Tod, der an Jesus Gläubigen, hat ihm Genugtuung verschafft. Unglaublich. Als der erste Christ zu Tode gesteinigt wurde, hatte er die bei ihm niedergelegte Kleidung der Täter bewacht. Diesem religiösen, intellektuellen Fanatiker trat, was er nie für möglich gehalten hatte, auf einer seiner wilden Verfolgungsjagden der Auferstandene in den Weg. Schluss genug. Überwältigt von der unerwarteten Begegnung und geblendet von überirdischem Licht stürzt Saulus von Tarsus zu Boden und hört Worte, die ihm durch Mark und Bein gehen. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Du tiefst erschüttert, fragt Saulus, wer bist du Herr? Die Antwort ist unmissverständlich für ihn. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das war ein Schock. Ein Schock für diesen Mann, aber auch gleichzeitig ein Sieg. Denn jetzt erhält Saulus von Tarsus seine Order von dem Auferstandenen. Er findet seine wahre Lebensaufgabe durch den lebendigen Christus. Erschrocken sieht er jetzt seinen schrecklichen Irrtum und seinen Irrsinn, den er im Namen von Religion begangen hat. Ein und schon nach kurzer Zeit wird er zum leidenschaftlichen Botschafter des Jesus von Nazareth, der Liebe, der Versöhnung. Ein ganz anderer Mensch ist er geworden. Und die ganzen Jahrhunderte hindurch hat er mit seinen Briefen Menschenleben beeinflusst, positiv beeinflusst. Und auch den nach einem gnädigen, gottsuchenden Dr. Martin Luther hier in Deutschland. Bevollmächtigt durch Jesus reist Paulus dann ohne Rast durch die Landschaften Kleinasiens, Griechenlands und schließlich bis in die Hauptstadt des römischen Imperiums direkt nach Rom. Auch dort legt er Zeugnis von seiner lebensverändernden Gottes Offenbarung und Gottes Erfahrung ab. Er hat beides gemacht. Gottes Offenbarung empfangen und Gottes Erleben gehabt. Die Leistung seines Lebens ist beeindruckend. Manches Mal bedarf es solcher dramatischen, solcher einschneidenden Erfahrungen, um unser Leben auf Kurs zu bringen. Die meisten Menschen kommen durch Schwierigkeiten irgendwie zu Gott. Das ist zwar traurig, aber wahr. Ein aktuelles Beispiel dafür. Unser Sohn Markus hat mir zum Geburtstag als Anti-Age-Programm Eintrittskarten für das Musical Elvis geschenkt. Ja, die Älteren von euch lachen jetzt. Die Schau über den Superstar meiner Jugendzeit, die Inszenierung war einfach brillant gemacht. Die Darbietungen des kanadischen Elvis-Imitators hervorragend. Als er dann Gospels sang wie »He touched me«, war es als verwandelte sich allmählich fast unbemerklich, der ganze Raum gefüllt mit begeisternden Besuchern in eine Kathedrale voll des Lobpreises Gottes. Ich konnte sehen, Tränen flossen. Und man konnte im Konzert hier und da sogar betende Menschen beobachten. Eine Frau, ihr war so gleichgültig, was andere Menschen, wir dachten, sie erhob sich. Und sie stand so da, ergriffen von der mächtigen Musik des Gospels und des Geistes, der da herrschte. Bei mir entstand der Wunsch, den erfolgreichen Musikmanager persönlich kennenzulernen, der Musical wie »Cats« oder »Phantom der Oper« oder »Starlight Express« erfolgreich auf die Bühnen der Metropolen gebracht hatte. Und diese Woche kam es tatsächlich zu einer Begegnung in einem Berliner Hotel. Bernhard Kurz, gebürtiger Schwabe wie ich selbst, erzählt aus seinem Leben. Die süddeutsche Heimat verbindet uns sofort und unsere Unterhaltung rief mit schwäbischer Intonation ab. Aber vielmehr noch inspirierte uns die Entdeckung, dass wir gemeinsam etwas feierten, nämlich den freudigen Besuch der Kindergottesdienste in der evangelisch-methodistischen Kirche in jungen Jahren. Bernhard in Nürtingen, ich im nahegelegenen Göppingen, um die Ecke sozusagen. Schon früh genießt Bernhard die süßen Früchte des Erfolgs mit der Überzeugung, dass sich das auch niemals ändern könnte oder würde. Welch ein gewaltiger Irrtum. Beim rastlosen Leben auf der Überholspur gerät der Glaube und die Beziehung zu Gott immer mehr ins Hintertreffen. Bis er mit 41 Jahren arbeitslos wird. Die Firma des Bruders war verkauft worden, für ihn eine Katastrophe. Die Folgen, eine zerbrochene Ehe, sogar kurze Zeit Obdachlosigkeit, bis Freunde ihn aufnehmen. An ihm nagender Kummer wird übermächtig. Er versucht, ihn im Alkohol zu verdrängen und das vermehrt die Probleme noch mehr. In seiner Verzweiflung setzt er sich hinter das Steuer und kracht 1993 auf der Autobahn mit 140 kmh unter einen Lkw. Der Wagen war natürlich Totalschaden. Wie durch ein Wunder verlässt er fast unverletzt den völlig zertrümmerten Wagen. Bernhard, kurz sagt dankbar, ich hatte damals einen Schutzengel. Jedenfalls ist dieser schreckliche Unfall und die erlebte Bewahrung inmitten des Unfalls anlassig, wieder ernsthaft Gott zuzuwenden. Der Absturz leitete den Aufstieg ein. Heute hat der erfolgreiche Produzent von Stars in Concert nur einen Wunsch, der sein Leben bestimmt, vielen, vielen Menschen das Evangelium nahe zu bringen. Und das tut er. Ich habe das gemerkt, sehr einfühlsam und ganz praktisch, wo immer sich die Gelegenheit dazu ergibt. Die schmerzhafte Krise wurde zum Wendepunkt, auch im Leben des Bernhard Kurz und machte ihn erneut zum Gewinner. Sein Lieblingstext in der Bibel ist heute aufgrund seiner persönlichen Erfahrung Psalm 23, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, er führt mich auf rechtem Weg um seines eigenen Namens willen. Er führt mich, er führt mich auf rechtem Weg. Und der Mann sagt, das erfahre ich tagtäglich. Frage, wie können wir zum Gewinner werden? Der von Jesus ergriffene Paulus gibt uns mit seinem Leben Vorbild und Antwort. Es ist seine Überzeugung, dass Gott seine Ideen, seine Gedanken, seine Träume für uns in unser Herz, in unser Leben hineinlegt. Und zwar Träume, die unsere Fähigkeiten weit übersteigen, weil es Gottes Träume sind. Wenn wir sie dann aber in Partnerschaft mit Gott, mit ihm gemeinsam leben und erleben, münden sie hinein in eine herrliche Ewigkeit bei dem Schöpfer, dem großartigen Verursacher des Unendlichen als und allen Lebens. Wow! Als ich das geschrieben habe, habe ich gesagt, wow, ist das gewaltig. Wenn wir die Ideen Gottes, die er in unser Herz hineinlegt, gemeinsam in Partnerschaft mit ihm leben, dann münden sie eine herrliche Ewigkeit bei dem Schöpfer des Alls und allen Lebens ein. Das ist unsere Berufung. Und wenn ich das lese, denke ich, wir leben alle unter dem Strich. Und wir können das sagen, was Paulus gesagt hat, noch nicht, dass wir das Ziel erreicht haben, wir sind noch unterwegs. Aber wir haben ein Ziel. Als Christen haben wir ein Ziel, auf das wir zuleben. Und das ist, was Paulus sagt, mit aller Kraft laufe ich. Wie bei einer Olympiade auf das vor mir liegende Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Siegespreis? Von welchem Siegespreis spricht Paulus hier? Es ist kein goldener Pokal oder kein Pott, den man dann in die Vitrine stellt. Nein, der Siegespreis, den Gott verleiht, ist das Leben in Gottes ewiger, unvorstellbarer, unbeschreiblicher Herrlichkeit. Falsch! Nein, Paulus betreibt damit keine Vertröstung auf das Jenseits. Das wird den Christen noch vorgeworfen. Ach, ihr denkt nur immer ans Jenseits. Nein, 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 im Gegenteil. Solche Vision, solches Vertrauen, solche Perspektive vertreibt jeden Trübsinn. Alle dunklen Gedanken und gibt Vitalität und Kreativität hier und heute. Wir haben ein Ziel und Ziel bringt Perspektive. Amen. Solche Vision, solches Vertrauen macht frei von allem Ballast. Wer ein Ziel hat, der rennt nicht mit Ballast, sonst kommt er nicht von der Stelle. Werden frei von dem fürchterlichen Blame Game. Wisst ihr, was das ist? Das heißt, alle und alles andere für eigenes Zu-Kurz-Kommen, für eigenes Versagen zu beschuldigen. Immer die anderen sind schuld. Das ist das Blame Game. Ich habe festgestellt und beobachtet, Gewinner beschuldigen nicht andere. Gewinner übernehmen selbst die Verantwortung. Sie lernen aus gemachten Fehlern und sind bereit, wie Spitzensportler alles zu geben. Halbherzige Anstrengung bringt nur halbherzige Ergebnisse. Zweitens, solche Überzeugungen, solche Sicht, befreit von Resignation. Wer solch ein Ziel hat, der weiß, was er tut. Er weiß, wonach er sich ausrichtet. Paulus lehrt uns nicht aufzugeben, auch nicht, wenn Schwierigkeiten kommen. Schwierigkeiten sind oft die besten Lehrmeister. Sprungbretter, vor allem dann, wenn Jesus bei uns im Boot ist. Er ist immer noch fähig, Stürme zu stillen. Die frohmachende Verheißung des Paulus, die er uns mitteilt, lautet, Gott ist er, der in euch beides bewirkt. Er schenkt euch den Willen und er schenkt euch die Kraft. Und als ein Jesus Christus Gläubige wissen wir, dass er uns leitet. Er weiß nämlich ganz genau, was wir brauchen. Wie ein gütiger Vater, auch wenn wir es noch nicht sehen, noch nicht einsehen und noch nicht verstehen. Ein Beispiel, eine wahre Geschichte, die ich gelesen habe. Von einem Jungen, der nach dem Schulabschluss vorübergehend Arbeit in einem Lebensmittelkonzern aufnahm. Nach einigen Wochen sagte Vater, Sohn, es ist Zeit, dass wir mal gemeinsam über das College sprechen. College? Sorry, Papa, ich habe vergessen, es dir zu sagen, ich gehe nicht aufs College. Oh, wieso nicht? Ich habe meine Lebensaufgabe gefunden. Dad, weißt du, ich fahre den großen, mehrachsigen, PS-starken Truck, ein Riesen-Biest. Und ich liefere damit Lebensmittel in die Filialen aus. Der Boss ist happy mit mir. Er hat mir schon Gehaltsaufbesserungen zugesagt. Die Arbeit macht Riesenspaß. Glaube mir, Dad, das ist cool. Lebensmittel transportieren ist eine ehrenwerte Sache. Aber Gott hat dich großzügig mit vielen Fähigkeiten bedacht, mit Gaben, die entwickelt und genutzt werden sollten, Sohn. Aber Moment mal, Dad. Du hast mir selbst gesagt, das Leben ist da, um Spaß zu haben. Stimmt. Das habe ich gesagt. Okay, Dad, mein Job macht mir totalen Spaß. Weshalb sollte ich also aufs College gehen und studieren? Tja, jetzt wurde der Vater Opfer seiner eigenen Aussagen. Leben war eben nicht dazu da, Spaß ohne Ende zu haben. Der Vater war schlau genug, um zu wissen, dass jede weitere Diskussion unfruchtbar sein würde. Er musste einen anderen Weg beschreiten. Denn 16-Jährige haben in der Regel alle Antworten parat. Der Vater ging also zum Chef des Sohnes und bat ihn inständig. John, du wirst meinen Sohn entlassen müssen. Wieso denn das? Ich hatte nie einen so guten Mitarbeiter. Du hast einen prächtigen Jungen. Ich habe ihm gerade eine Gehaltserhöhung versprochen. Sein Truck glänzt makellos. Die Filialen werden pünktlich beliefert. Alle sind mit einem Jungen zufrieden. John, ich bitte dich. Wenn du ihn nicht sofort entlässt, wird er nicht aufs College gehen. Er wird nicht studieren und die Chancen seines Lebens vermasseln. Der Chef dachte nach und verstarnt. Und bei der Gehaltsauszahlung am Freitag sagte er kurz und bündig, Junge, du bist gefeuert. Aber weshalb? Was habe ich getan? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe gesagt, du bist gefeuert. Der Tonfall der Ansage ließ keinen Zweifel daran, dass der Junge gefeuert war. Widerstand war zwecklos. Nach einer kurzen Phase der Niedergeschlagenheit kam der Sohn zum Vater. Dad, ich habe mich entschieden. Ich gehe aufs College. Der Schritt war für den Jungen schwer. Der Abschied von seiner freudigen Arbeit war schmerzhaft. Aber einige Jahrzehnte später war der Sohn Präsident einer renommierten Universität in den Staaten. Und anlässlich einer Feierlichkeit sagte der inzwischen leicht erkraut mit einem Lächeln um die Lippen. Und jetzt einen Applaus für einen Menschen, der mir dies alles ermöglichte. Und dann wandte er sich um und sagte, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dafür gesorgt hast, dass ich damals gefeuert wurde. Irgendwie hatte ich das schon geahnt, dass du das warst. Tosender Applaus brandete durch das Auditorium. Seine Tränen, sein Problem, sein Kampf wurde nicht zum Stolperstein, sondern das fürs Leben entscheidende Sprungbrett. Noch ein Gedanke zum Siegeslauf des Paulus. Er kann sagen, weil ich jetzt schon Christus angehöre, kann und will ich alles vergessen, was hinter mir liegt. Und ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Menschen, die in Versagen und Übeln der Vergangenheit stecken bleiben wie Morass und darin leben, Schmerz, Enttäuschung, Hass und Unversöhnlichkeit nicht loslassen, können nicht heil werden. Das ist wahr. Sie werden bitter. Zynisch. Sie leiden. Sie leiden wirklich. Und sie sind armselig dran. Egal, wie viel sie auf der hohen Kante haben oder wie bekannt sie auch sein mögen. Sie sind nicht Gewinner. Sie sind Gefangene. Paulus hat erlebt, dass Jesus Christus frei macht. Dass Jesus Christus vergibt und heilt, wie die Heilige Schrift sagt. Und das sind einige der schönsten Worte des ganzen Alten Testaments. Er wurde verwundet. Er wurde verwundet um unsere Sünde willen. Das ist Gottes Geschenk an uns und wir dürfen es im Vertrauen annehmen und leben. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Mit jedem Sonnaufgang ist ein Neustart mit Gottes Hilfe möglich. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Ein Neustart ist möglich. Und wir sollten nie aufgeben. Nie aufgeben, weil die Dinge nicht perfekt sind und weil Dinge schief laufen. Wir sollten flexibel planen und als Menschen flexibel bleiben. Was immer schief gehen kann, wird irgendwann schief gehen. Ich garantiere es. Beten der Frühe, Gott schicke mir heute ein deftiges Problem. Ich garantiere, dieses Gebet wird schnellstens erhört werden. Menschen, die erwarten, unrealistisch erwarten, dass immer alles richtig läuft, sind Menschen, die sich immer schlecht fühlen. Der Kluge fragt nicht, was ist, wenn alles schief läuft. Der Kluge sagt, was aber, wenn es richtig läuft. Und er hat immer gute Laune. Gib nicht auf, sondern blicke auf. Der große Paulus ist gläubiger, positiv gestimmter Realist. Er sagt, trotz allen menschlichen Bemühens bin ich nicht angekommen. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin noch unvollkommen. Ich mache immer wieder neue Fehler. Ach, wie entspannend ist diese Aussage des Paulus. Noch nicht angekommen, noch unterwegs. Das verdient ein kräftiges Amen. Paulus ist nicht nur frei vom Blame Game, andere für seine Schicksalsschläge verantwortlich zu machen. Er ist nicht nur frei von Resignation, das heißt vom Aufgeben angesichts großer Schwierigkeiten. Er ist durch Jesus auch frei geworden von religiös krankmachenden Zwängen. Und deshalb schreibt er aus dem Gefängnis diese Zeilen. Freut euch doch in dem Herrn. Ich sage es nochmal. Freut euch, Leute. Lasst sehen, wie herzlich und freundlich ihr sein könnt. Denkt daran, unser Herr kommt bald. Sorgt euch doch nicht so viel, sondern betet um alles. Sagt Gott, was er braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unsere menschliche Vernunft es je begreifen kann. Sein Friede wird dann in eure Herzen kommen. Eure Gedanken durchfluten durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist großartige Zusage. Dieser Paulus, der durch eine tiefe Krise in seinem Leben zum wahren Leben fahnt, wie Bernhard Kurz und viele andere. Er hat wie viele Menschen bezeugt. Und wie wir heute bezeugen können, Jesus Christus ist das Leben. Und der Himmel ist nicht leer. Und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen. Amen. Amin. Musik 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 Musik